Ja hallöchen meine Lieben, heute gibt's wieder ein nices Battle, das wir im Einzelkampf gegen Froggy spielen werden. Wenn auch du dich traust und gegen mich kämpfen möchtest, schreib mir einfach in die Kommentare und dann let's fight! So, ja gut, dann schauen wir mal, was er dabei hat. Er hat auch einen Delfinator mit Leben Orb, okay, ah, ah, er hat auch einen Delfinator mit Leben Orb, ja klar, safe hat er das, okay. Ja, ich hab bei meinem übrigens das Item geändert, ja, wir haben gar nicht mehr viel Zeit, wir gehen einfach mal rein und zwar mit Delfinator. Wer hätte es gedacht? Und Ligakarte, oh, sieht sehr cool aus und mit dem Shiny-Foy-Riegel, ja süß! Muss man ihn ja auch noch machen. So, Red Steel. Dann schauen wir mal, Käfer, ne, war der noch, zusätzlich zum Stahltüten, ähm, gehen wir, ah, ich bin jetzt gar nicht, aha, aha, okay, ich dachte, ich wäre mit Epitaph sehr effektiv. Naja, du, mit gar keinem, ja, ich gehe trotzdem auf Epitaph. Käferbüß, ja, sehr schön, sehr schön, das ging schon mal gut, ne, dann gibt's ne Zornesfaust gleich, weil jetzt ist das eh schon ne Hunderter. Oder kann er mir gar nicht, soll ich einen riskieren? Komm, wir riskieren einen, no risk, no fun, ne, immer wenn ich das sag, dann ist das nachher mehr risk wie fun gewesen. Aber du, so, was macht er jetzt? Kehrtwende, okay. Ein Pixie, ein Shinerich, okay. Zornesfaust, ne, wir hatten einen Schlag, einmal Protzer. Er ist halt fe... Ach, okay, komm, na, komm schon, weil er ist einmal geboostet, dann hat der Protzer auch noch, nein, knapp, knapp. Aber ich hab's überlebt, die Mondgewalt, oh my goodness, okay, Pixie, das war's jetzt wohl eher für dich. Ja, die Überreste bringen auch nicht mehr viel und jetzt ist Zornesfaust halt noch stronger. Nein, er ruft es zurück, schade, nein, 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 nein. Please, no. Ah, das hätte ich gern zerlegt, weil das Pixie könnte für ein paar andere Pokémon noch für Probleme sorgen, nicht? Dafür war das jetzt ein One-Shot. So, ah, der Rapigator war das, ne, Ableih-Tipp. Ja, wenn ich jetzt noch schneller bin, einmal Protzer haben wir gemacht, dann könnte ich mich schön auffallen wieder. Einer ist schneller und aufbeben, ja, das war's dann wohl, ne. Jede. Oh, und Hochmut hat das Teil, ne. Sollen wir grad mit Delfinator, oder halt Floges. Und wir behalten Delfinator noch auf, weil er ist halt so schnell nachher. Na, vielleicht brauchen wir noch was Schnelles. So, einfach eine Mondgewalt reindrücken. Ja, machen wir so. Klau treten. Das, puh, 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 okay, da, boah. Ja, aber ich habe ihn gewonshottet, aber trotzdem hätte mein süßes Floges nicht so viel Schaden nehmen müssen, ne. Das ist nicht so gut. Oh, lila Larry, wieder ein Shinerich. Ah, hu, hu. Ist der schneller, oder? Lina Synthese ausprobieren. Ah, ne, der ist Gift, oder? Der hat der Gift dabei, oder? Oder nicht? Das Pokémon. Ah, ich habe keine Ahnung. Das ist wieder... Das Lashow muss ich sowieso aufladen, er wird mich eh... Ja, komm, wir probieren einfach eine Synthese und entweder überlebe ich es oder eben halt eben. Wenn er mit Gift kommt, überlebe ich es sowieso nicht. Hätte ich lieber eine Mondgewalt noch eingedrückt. Ah, das war dumm. Okay, er hat recht viel. Oh, okay. Mission Faye. Ja gut, die Verbrennungen nehmen wir in Kauf. Die Frage ist, was er noch hat. Soll ich jetzt nochmal eine Synthese machen oder mit einer Mondgewalt angreifen? Oder sogar einen Sonnentag machen? Aber dann könnte die Verbrennung auch stärker sein, ne. Bin ich mir jetzt gar nicht sicher. Komm, wir probieren es jetzt. Es hat einmal funktioniert. Ich nehme an, er hat nicht so eine Strong-Attacke gegen mich. Eben eine Gift-Attacke, sonst hätte er sie sicher jetzt schon eingesetzt. Ja, der hat keine. Geht klar, okay. Es ist die Frage, ob die Verbrennung stärker wird. Aber es ist mir egal. Ich kann Solarstrahl einsetzen. Wir machen jetzt einen Sonnentag. Zurückgerufen. Ja, jetzt kommt er sicher mit was sehr Effektivem. Skorgro. Boah, er haut anscheinend. Keine Ahnung, was das für ein Typ war, ha? Könnte halt schon Gift sein. Fluggift. Wieso hat er es vorhanden dann nicht? Weil er es vielleicht für was anderes haben wollte. Ah, Toxic Orb. Okay. Jetzt bringt mir der Solarstrahl nicht mehr so viel, aber die Synthese. Skorgro könnte schneller sein wie ich. Ich glaube, das ist ein recht schnelles Teil. Es greift mich an. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, was ich tun soll. Nein, Verhöhner. Das war es jetzt mit der Synthese, ne? Schön. Ja, wir probieren den Solarstrahl. Okay, macht immerhin nicht viel Schaden, ne? Aber Heißbrocken weg. Das heißt, das Licht ist jetzt... Die Sonne ist auch gleich zu Ende. Ja, das hat sehr viel Schaden gemacht für den Solarstrahl. Giftheilung. Aha. Oh, oh. Das wird kritisch. Das wird eher sehr kritisch. Ja, probieren wir eine Mondgewalt. Weil ich dachte, ist das drei Runden mit dem Verhöhner. Oh, hat sehr viel mehr Schaden gemacht. Wie viel hat das jetzt vorhin abgezogen? So ein Abschlag könnte ich noch überleben, einen, ne? Verhöhner wirkt nicht mehr. Dann machen wir jetzt eine Synthese. Haben wir noch Sonnendingsen, Wumsen? Ja, haben wir. Und es wirkt trotzdem noch die acht Runden in dem Fall. Sehr nice. Obwohl das Item jetzt weg ist. In dem Fall muss es nur dann, wenn ich es einsetze, da sein, sozusagen. Jetzt macht er wieder Verhöhner. Ich glaube es ja nicht. Ich glaube es ja nicht. Ich hätte es mir ja denken können. Nein. Nein. Mein letzter Angriff ist jetzt weg, ne? Weil jetzt, jetzt kühlt er mich. Oh mein Gott. Hätte ich doch Mondgewalt gemacht. Ich hätte es mir ja denken können, dass er es wieder macht. Kehrt Wende. Drei KP. Okay. Okay. Ein Angriff geht noch. Gegen was ist aber die Frage? Pixi. Pixi, du kleines nerviges Ding. Das wird jetzt... Okay. Ich dachte, dass das macht noch weniger. Schaden. Geht. Ja. Und wir sind schneller. Aber die Verbrennung wird uns töten. Ja. Klar. Mit drei KP ist das logisch, ne? Ja gut. Was nehmen wir jetzt? Ich meine, der Elfinator wäre halt eh schneller und strong mit dem Düsenhieb, ne? Soll ich ihn gleich reinnehmen, zum das Pixi rausnehmen? Weil ihn muss ich halt wirklich aufbehalten. Und es wäre halt super nach Ascarabaks für die zwei lahmen Teile. Ja, come on. Wir gehen einfach mit Delphi rein. Ja, Düsenhieb natürlich, ne? Düsenhieb. Sehr schön. Pixi weg. Huh. Von dem hatte ich nämlich echt ein bisschen Pain. Das kann so ein nerviges Teil sein. Fossilbrecher. Okay. Cooler Spitzname. Gefällt mir. Er hat die Dings auch noch nicht gemacht. Die, äh, Tarakristallisierung. Ja, come on. Let's go. Das war sehr toll, ja. Ah, da hätte auch nicht einer nicht. Viel gebracht. Ein Donnerschlag. Nein. Hat das Item Heissort. Das ist also nicht gut ein Ableit-Tip. Aber eben, der wird halt einfach eine gute Verteidigung haben. Okay, hat schon ein bisschen mehr abgezogen, aber reicht wahrscheinlich nicht, um seinen Schlag jetzt zu kontern. Also, er macht auch einen Ableit-Tip. Nein, das gibt's ja gar nicht. Oh mein Gott, ich hab Delphi so blöd verspielt jetzt. For nothing. For ein Pixi mit 10 KP. Das hätte nicht sein müssen. Der Meistergriff ist jetzt aber auch nicht der Schnellste. Wie schnell ist denn der? Ist der überhaupt schneller wie ich? Wir gehen jetzt rein. Da ich nicht weiß, wie schnell das Teil ist. Darf ich jetzt erst ein Vital-Sägen? Die Hälfte von dessen KP. Oh, ah. Das war random. Oh Gott, ich drück einfach. Ich dachte wieder, ich kann's noch auswählen. War das jetzt random oder? Okay. Er ruft's zurück. Okay, das könnte gut sein für mich. Könnte. Müsste nicht, ne? Ist das Teil irgendwie sehr effektiv auf mich? Ich glaube nicht, ne? Psycho müsste sogar Halbenschaden machen. Ah, jetzt darf ich auswählen, welches. Ich hätte schon gern Epitaph wieder. Einfach weil er halt auch mein Liebling ist. Komm, wir nehmen Epitaph. Passt schon. Wird schon schief gehen. Gut, lila Larry. Jetzt gibt's einen Käfergebrum oder einen Bizarro-Raum? Einen Käfergebrum. Wir sind schneller. Gut, habe ich den Bizarro-Raum nicht gemacht. Oh, ne Feuerattacke deswegen. Aber, okay. Oh, Volltreffer. Okay, aber es ist nicht Step. Deswegen wahrscheinlich. Gut, also nochmal. Käfergebrum. Komm, lila Larry. Ja, er ruft's zurück. Jetzt kommt was anderes. Skorgro. Der war auch shiny. Ja, genau. Ich dachte mir gerade die Farbe ein bisschen komisch. Das heilt nicht sehr. Aber für das, dass es nicht so effektiv war, hat es doch ein bisschen... Ähm... Aber der ist jetzt safe schneller. Also, wenn wir überhaupt noch können, drücken wir jetzt in den Bizarro-Raum. Abschlag, komm schon. Nein, es wäre so schön gewesen. Wieder in dem Kaffee. Ah, der Bizarro-Raum wäre wirklich, wirklich schön gewesen. Aber du, man kann nicht alles haben. Ah, das ist alles nicht so gut. Ich gehe mit Epitaph rein. Die Frage ist halt gerade, was ich mir stelle, ob Zornesfaust wird ja pro Schlag erhöht. Also, ich bin ja jetzt gestorben und Tableten wieder bekommen. Also ist es jetzt bei Null, oder? Also bei 50. Also ich weiß, dass es beim Auswechseln nicht weggeht, dieser Bonus. Aber beim Sterben wahrscheinlich schon. Schöner Schatten. Wer weiß es. Vielleicht bleibt es auch beim Sterben trotzdem. Ich weiß es nicht. Dass ein Pokémon stirbt und zurückkommt, ist ja eher selten in einem Battle. Der Fossilbrecher wieder. Den hatten wir vorhin schon im Nahkampf. Einmal richtig rein. Aber eben, wenn die Zornesfaust immer noch erhöht ist, dann wird die halt stärker jetzt sein. Ich hatte zwei oder drei Treffer. Das heißt, eine Hunderter ist sie auf jeden Fall. Maybe eine 150er. Das war 120. Wenn ich, aber ich rede zu viel. Komm, rein da. Zornesfaust, los. Ja, gestorben. Toll. Zornesfaust. Wir haben die Deiner noch, Leute. Ah, Deiner. Ich immer mit der Deiner. Er auch noch. Er hat es noch gar nicht gemacht. Er hat es wahrscheinlich auch vergessen, wie ich. Ja, komm. Gehen wir rein. Wir brauchen die nicht. Und er macht es auch nicht mehr. Er denkt gar nicht mehr dran. Dann lassen wir es auch bleiben. Bringt jetzt. Hat den nichts mehr gebracht. Ja, Marco. War ein spannendes Battle. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Tschi, tschi. Ich bedanke mich vielmals fürs Mitspielen. Bei euch anderen fürs Zusehen. Macht es gut. Und Paris, Athen. Auf Wiedersehen. Tschi, tschi. Tschi, tschi. Tschi, tschi. Untertitelung des ZDF, 2020